Was macht gutes Fleisch aus? Mein Name ist Konstantin Wiegmann. Ich bin die dritte Generation einer Metzgerfamilie, die diesem Handwerk seit über 70 Jahren nachgeht. Regionalität ist uns wichtig. Das Tierwohl, die Haltung, die Fütterung und der Austausch mit unserem nachhaltig arbeitenden Landwirten. Nur so können wir beruhigt hinter den Produkten stehen, die wir produzieren und verkaufen. Mein Opa kam vor über 70 Jahren nach Bad Wurzach, übernahm den Gasstof Ochsen mit Metzgerei. In den 80er Jahren übernahm mein Vater die Metzgerei und mein Onkel die Wirtschaft. 2004 habe ich die Meisterprüfung abgelegt und kam in den Betrieb, den ich 2010 übernommen habe. Was macht gutes Fleisch aus? Die Rasse des Tieres spielt eine große Rolle. Die Fütterung und die Haltung sind sehr wichtig. Bei der Schlachtung muss es stressfrei zugehen. Zuletzt kommt es auf die sorgfältige Verarbeitung und Reifung des Fleisches an. Unsere Familie ist Fleisch wichtig. Aber es muss gutes Fleisch sein. Wir stehen für Nachhaltigkeit, Regionalität und Tierwohl. Ihre Metzgerei Wegen.